Was ist das Standbild Daniel? Weil ich überhaupt nicht wusste, wo ich den finde. Dann dachte ich, ah, da ist er ja, Daniel, Daniel. Dann habe ich den aufgeschlagen, habe den dann gelesen, habe gedacht, wie Tiere mit zehn Hörnern und sieben Köpfen. Was ist das denn? Also da war ich total irritiert. Dann habe ich irgendwann den David gefunden, habe dann beim David weitergelesen. Aber mittlerweile mag ich den Daniel sehr. Und ganz am Anfang von Daniel gibt es dieses Standbild, was der Nebukadnezar eigentlich sieht. Der Nebukadnezar war ja König von Babylon. Und er hat nachts auf dem Bett gesessen und hat überlegt, wie geht das eigentlich weiter? Ich bin jetzt eigentlich mehr oder weniger so der Herr der Welt, wenn man so sagen will, zumindest der damaligen bekannten biblischen Welt. Und was kommt eigentlich nach mir? Und dann hat er einen Traum gehabt. Und dieser Traum hat ihn sehr beunruhigt, weil er so ein Standbild hier sieht, ein schrecklich anzusehendes Standbild. Das ist ja einigermaßen normal noch anzuschauen. Aber das hat er dann wohl gesehen. Und er fragt dann auch seine Weisen, ob sie ihm den Traum auch deuten können. Der Daniel war damals ein junger Mann. Der war aus Jerusalem nach Babylon deportiert worden. 605 vor Christus war das. Und Nebukadnezar hat damals Jerusalem erobert, den Tempel noch nicht zerstört. Der Tempel wurde später zerstört. 19 Jahre später erst. Also der Daniel wird dann als junger Mann, man schätzt so 14, 15, 16 Jahre alt ist er da gewesen, ist er deportiert worden nach Babylon, wurde mit drei Freunden am Hof Nebukadnezars erzogen. Und dann hat der Nebukadnezar nachts einen Traum. Und die Weisen und die Traumdeuter können ihm den Traum nicht deuten. Und deswegen will Nebukadnezar sie alle töten. Der Daniel hört davon und bittet um Zeit, um den Traum zu erfahren und ihm zu deuten. Und nachts sieht der Daniel, genau wie der Nebukadnezar auch, ein schreckliches Standbild. Und am Tag darauf deutet dann der Daniel den Nebukadnezar den Traum und wird darauf zum zweiten Mann in Babylon erhoben und wird dann Staatsmann. Also Daniel ist zum Staatsmann geworden und ist in Babylon geblieben bis zu Kyros. Also der hat den Perserkönig Kyros noch persönlich kennengelernt. Sehr alt geworden, der Daniel. Und wir können ja mal gucken, was der Text so sagt. Also diese übliche Deutung, die wir hier haben bei dem Standbild, ist die, die hört ja auch überall. Das ist also sehr, sehr weit verbreitet. Also es gibt alle anderen, alle, die es noch irgendwie anders deuten, sind Minderheitenmeinungen. Und die Minderheitenmeinung von der Minderheitenmeinung, das ist das, was ich glaube. Aber ich versuche das immer so ein bisschen zu begründen auch, weil hier werden manche Unterstellungen in dem Standbild angenommen, die der Text nicht hergibt, erstaunlicherweise nicht hergibt. Also man sagt hier, das goldene Haupt ist Babylon. Das sagt der Daniel auch nachher zu dem Nebukadnezar. Du, Nebukadnezar, du bist das goldene Haupt. Und der Daniel erklärt dem Nebukadnezar, dass er in seinem Traum eine Abfolge von Weltreichen sieht. Und nach dem Nebukadnezar kommt eine silberne Brust, silberne Brust und zwei Arme. Und da sagt man, das ist Medo-Persien, Medo-Persien, ein Doppelreich. Erst die Meda und dann ging das über auf die Perser-Könige Kyros, der dann Israel wieder oder Judah wieder zurückgeschickt hat nach der 70-jährigen Gefangenschaft. Nach den beiden kommen kupferne Lenden, kupferner Bauch und Lenden. Das wird hier immer wieder gedeutet als Griechenland oder Alexander der Große, ja, das sind die Griechen. Und nach den Griechen, so ist die Auslegung, da wird es dann auch spannend, weil eigentlich hört die Daniel-Prophetie hiermit auf. Daniel deutet, der ganze Prophet Daniel, das ganze Buch Daniel enthält Deutungen bis hierhin, weil der Daniel in Daniel 7 einen Ziegenbock sieht und dieser Ziegenbock hat ein großes Horn. Und der Daniel sagt in Kapitel 7, sagt der Engel zu dem Daniel, dieses große Horn ist der erste König von Griechenland. Und der erste griechische König, der dort eine Rolle gespielt hat, war Alexander der Große. Das kann man sehen aus dem Text. Dann hört aber Daniel, Daniel geht dann auch noch weiter und führt die Geschichte auch noch weiter. Aber wir haben eigentlich in Daniel selber keine Deutung für diese beiden Beine, wie man die immer dann nennt. Ich zeige euch das aber nochmal im Detail nachher. Man sagt aber in den Auslegungen, dass das Rom ist, Westrom und Ostrom, also zwei Beine. Der Römische Reich wurde geteilt irgendwann und wurde aufgeteilt in Weströmisches und Oströmisches Reich. Und dann sagt man, in der Endzeit kommt Europa wieder auf und Europa besteht aus diesen zehn Zehen. Das ist die übliche, gängige Auslegung, die man da hat. Aber eigentlich hat das Standbild nach der Auslegung heute schon 27 Zehen, oder? Wir haben ja 27 europäische Staaten. Ja, da scheint irgendwas hier nicht richtig zu funktionieren mit den Zehen. Und dann haben wir ja noch zwei Füße. Die Füße sind ja auch aus Eisen mit Ton gemischt. Und in dieser Art der Deutung, die man hier hat, vor allem hier für den unteren Bereich, das ist eigentlich spannend. Hier oben ist man sich eigentlich einig. Das ist eigentlich keine strittige Sache. Aber ab hier wird es irgendwo kritisch. Da weiß man nicht genau, wie man das einordnen soll. Und die Ausleger sagen alle, das ist halt Ost und Westrom, weil das zwei Beine sind. Wie sah der Traum denn jetzt aus? Wie der aussah? Ja, an der Stelle. Was hat er denn da geträumt? Das ist eine gute Frage. Weil im Traum steht eigentlich, können wir uns gleich im Text noch mal anschauen, seine Schenkel aus Eisen. Ja? Also ich zeige euch das auch noch mal gleich im Text, weil das Spannende ist, dass da gar nicht Beine steht, sondern Schenkel. Ja? Jetzt frage ich, wie viel Schenkel hat denn ein Mensch? Ober- und Unterschenkel. Und das zweimal, oder? Wären vier, oder? Oberschenkel, Unterschenkel. Dann müsste ja auf den Bauch, auf dem bronzinen Bauch, auf den Alexander den Großen, müssten ja vier Reiche folgen, nicht ein geteiltes römisches Reich. Und das ist jetzt natürlich schwierig. Ich würde noch mal vielleicht noch mal einen Schritt weiter zurückgehen wollen. Babylon liegt im Vorderen Orient, ja? Zwei-Strom-Land. Persien, Medo-Persien, Medien-Persien, liegt im Vorderen Orient, Zwei-Strom-Land. Alexander der Große ist zwar Grieche, hat aber Babylon als Hauptstadt gehabt und sein Reich ging bis an den Indus, bis nach Indien. Das heißt, auch das Reich Alexanders des Großen war Zwei-Strom-Land, also schwerpunktmäßig, vom geografischen Schwerpunkt her. Und jetzt nimmt man die Beine und schiebt die zweieinhalbtausend Kilometer nach Westen, nach Italien, Rom. Was passiert mit dem Standbild? Es fällt um. Es fällt um. So ein Standbild kann nicht stehen. Wenn jemand die Beine unterm Leib wegzieht, der fällt um. Der ist beim Handball so, beim Fußball so, das ist bei Statuen auch so und bei Standbildern auch. Und ich sage, ich bin ja kein Theologe, aber ich bin Architekt und dass so ein Standbild nicht steht, das wird man mir ja hoffentlich glauben. Und dann sagen die Theologen zu mir, ja gut, aber das ist ja ein bisschen naiv. Ja, dann sage ich, ja genau, das ist für euch. Damit ihr das auch verstehen könnt als Theologen. Man müsste eigentlich versuchen, müsste die Beine, die ja keine sind, wie wir gleich sehen, sondern Schenkel, man müsste die Beine von Italien geografisch auch in den Vorderen Orient schieben. Nur mal als Gedankenexperiment. Man muss ja nicht direkt als bare Münze nehmen, sondern man könnte ja sagen, was passiert denn, wenn wir die Beine unter den Tor so schieben? Weil es geht ja um Abfolge von Weltreichen. Könnte es sein, dass wir, wenn wir die in den Vorderen Orient schieben, dass wir dann dort was finden, was zum Standbild passt? Könnte es sein, dass auf Alexander den Großen vier Herrscher gefolgt sind? Schenkel aus Eisen. Ja? Und das findet man, weil das Reich Alexanders des Großen, das ist aufgeteilt worden und das ist aufgeteilt worden auf seine vier Generäle. Ja? Kassander, Lysimachus, das war die Türkei, Mazedonien, Seleukus, das war Syrien, Großreich Syrien, und Ptolemaios, der Ägypter. Vier Generäle, vier Schenkel und die folgen auf Alexander den Großen. Das wäre historisch belastbar. Ja? Dass auf Alexander den Großen, dass da direkt das römische Reich drauf gefolgt ist, ist auch historisch falsch. Auf Alexander den Großen, 333 vor Christus, sind die Diadochenkönige gefolgt, die Zwischenkönige und erst dann kommt das römische Reich. Ja? Das heißt auf Alexander den Großen kommen seine vier Diadochen und erst dann tritt das römische Reich auf. Das heißt, man könnte also, wenn man diese sogenannten Beine, die ja eigentlich Schenkel sind, wenn man die von Italien wieder in den vorderen Orient verschiebt, dann hätte man plötzlich, dann würde das Standbild stehen. Man hat dann aber ein anderes Ergebnis für diese Schenkel. Die sind dann nämlich nicht Rom, nicht das römische Weltreich, sondern die sind dann die Seleukidenkönige. Aber die werden ja in Daniel später auch alle aufgezählt. Kommen wir aber gleich nochmal zu. Ja? Das ist eine ketzerische Auslegung, weil nämlich jetzt diese ganze Auslegung, die man sonst in der evangelikalen Welt findet, die das alles aufs römische Reich steuert, plötzlich nicht mehr passt. Ja? Schauen wir uns aber mal an. Also im Text steht, im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, über den er so erschrak, dass er aufwachte. Und der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Und sie kamen und traten vor den König. Und der König sprach zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt, der hat mich erschreckt. Und ich wollte gerne wissen, was es mit dem Traum gewesen ist. Da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch, also das ist jetzt Syrisch, oder ich sage mal, Aramäisch wurde damals in Syrien und Assyrien, also bis ins Zweistromland gesprochen. Der König lebe ewig, sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Der König antwortete und sprach zu den Wahrsagern, mein Wort ist deutlich genug. Werdet ihr mir nun den Traum nicht kundtun und deuten, so sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser sollen zu Schutthaufen gemacht werden. Das heißt, die wollen vom König wissen, was der geträumt hat. Sage uns das. Der Nebukadnezar ist aber schlau, der sagt, ich sage euch das nicht, weil ich möchte gerne wissen, ob ihr wirklich Wahrsager seid. Ihr sollt mir den Traum sagen und die Deutung dazu. Ich verschweige euch den Traum, weil ich wissen will, ob ihr Scharlatane seid oder ob ihr was könnt. Und dann sagen die zu dem König Nebukadnezar, das kann niemand. Da antworteten die Wahrsager vor dem König und sprachen zu ihm, es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Ebenso gibt es auch keinen König, wie groß oder mächtig er sei, der solches von irgendeinem Zeichendeuter, Weisen oder Wahrsager fordern würde. Also sie kommen so ein bisschen in Panik jetzt und sagen, wir können das nicht und was du machst, das macht aber sonst auch keiner mit uns. Also die fangen schon ein bisschen ins Flattern an. Da wurde der König sehr zornig und befahl alle Weisen von Babel umzubringen. Und das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte. Auch Daniel und seine Gefährten suchte man, um sie zu töten. Da wandte sich Daniel klug und verständig an Arioch, den obersten der Leibwache des Königs, der auszog, um die Weisen von Babel zu töten. Jetzt kommt der Daniel und wendet sich an den und sagt zu ihm, gib uns ein bisschen Zeit und lass uns verstehen, lass uns Gott fragen. Da ging Daniel hinein mit dem Arioch und bat den König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Dann gibt der Nebukadnezar dem Daniel die und dann steht im Vers 19, da wurde Daniel dies Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart und Daniel lobte den Gott des Himmels. Das heißt, Daniel sieht in der Nacht in einem Gesicht dasselbe Standbild, was auch Nebukadnezar gesehen hat. Mit 16, Teenager. Er war noch jung. Da ging Daniel hinein zu Arioch, der vom König Befehl hatte, die Weisen von Babel umzubringen und sprach zu ihm, du sollst die Weisen von Babel nicht umbringen, sondern führe mich hinein zum König. Ich will dem König die Deutung sagen. Arioch brachte Daniel eilend hinein vor den König und sprach zu ihm, ich habe einen Mann gefunden. Hat mal ein Prediger gesagt, da schmückt sich auch einer mit fremden Federn. Guck mal, König, ich habe einen gefunden. Ich will auch ein bisschen was abhaben von den Meriten. Merkt ihr das, was da passiert? Der ist ein Wichtigtuer. Der hat ihn gar nicht gefunden. Der Daniel ist auf ihn zugekommen. Ich habe einen Mann gefunden unter den Gefangenen aus Judah, der dem König die Deutung sagen kann. Also er kommt hier, ja, das ist ein Israeli, das ist ein Jude. Der König antwortet und sprach zu Daniel, den sie Belchazan nannten. Bist du es, der mit dem Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung kundtun kann? Du kleiner Wicht, du bist ja kaum mal 18. Du bist ja kaum volljährig. Bist du? Also der ist ganz erstaunt darüber. Daniel fing an vor dem König und sprach, das Geheimnis, nach dem der König fragt, vermögen die Weisen, Gelehrten, Zeichendeuter und Wahrsager, dem König nicht zu sagen. Aber es ist ein Gott im Himmel und der kann Geheimnis offenbaren. Der hat dem König Nebukadets erkundgetan, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Mit deinem Traum und deinen Gesichten, als du schliefst, verhielt es sich so. Du, König, dachtest auf deinem Bett, was dir einst geschehen würde. What? Sagt der Nebukadetser, du hast mich auf meinem Bett gesehen? Ja, das sind ja intime Dinge, die der 16-Jährige dem König sagt. Der sagt ja nicht, du warst in deinem Schreibzimmer und deine Weisen standen um dich rum und da hast du dir den Gedanken. Du hast auf dem Bett gesessen und hast nachgedacht. Da wird dem ganz anders, dem Nebukadetser, ja? Also das hat Gott ihm gezeigt, ja? Das ist sehr exakt, was Gott ihm da zeigt. Ja, der hat ihm nicht das Standbild gezeigt, sondern auch gezeigt, dass er auf dem Bett liegt, ja? Du dachtest auf deinem Bett, was dir einst geschehen würde und der, der Geheimnisse offenbart hat, dir kundgetan, was geschehen wird. Mir aber ist dieses Geheimnis offenbart worden, nicht als wäre meine Weisheit größer als die Weisheit aller, die da leben, sondern damit dem König die Deutung kund würde und du deines Herzens Gedanken erführest. Du, König, hattest einen Traum und siehe, ein großes, hohes und hellglänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Jetzt kommt das Bild, das Standbild, jetzt beschreibt er das, ja? Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold. Seine Brust und seine Arme waren von Silber. Sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer. Seine Schenkel, nicht seine Beine. Schock heißt es im Aramäischen. Ich habe das mit dem Bibelinstitut in Stuttgart abgeklärt. Die veröffentlichen die Lutherbibel. Die sind weltweit zuständig für die Veröffentlichung der Lutherbibel. Und die habe ich da angeschrieben und habe gesagt, was steht denn da? Was heißt denn Schock? Ist das Singular oder ist das Plural oder ist das Dual? Ja, es gibt auch ein Dual. Dual ist Eltern. Eltern sind immer ein Pärchen. Ja, oder a pair of trousers sagen die Engländer zu einer Hose, weil eine Hose hat halt zwei Hosenbeine, ja? Oder binoculars, sagt man im Plural, weil ein Fernrohr hat zwei Rohre, ja? Und das gibt es halt auch dort. Da gibt es ein Dual. Und es gibt ein Plural, Mehrzahl, und es gibt ein Singular, Einzahl. Und die haben gesagt, es ist ineinander aufgegangen, haben gesagt, das heißt nicht Beine, das heißt Schenkel. Das ist es für Beine. Und wer von euch eine Schlachterbibel hat, 2000er Schlachter, die übersetzen hier Oberschenkel. Aber das steht da auch nicht. Da steht nicht Hyposchock oder so. Da steht nur Schenkel. Mehr steht da nicht. Und das muss man auch so, ja, das ist so 51er, hast du. Da steht es, glaube ich, anders drin. Aber guck mal nach, was du hast. Daniel 2, 32, ja? Also fand ich ganz spannend hier, ja? Seine Schenkel waren von Eisen. Seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Also sind wir schon Head to Toes, ja? Kopf bis zu den Füßen. Das sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Der Stein traf das Bild an seine Füße, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurde miteinander zermalmt Eisen und Ton und Kupfer und Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, sodass er die ganze Welt füllte. Das ist der Traum. Nun wollen wir die Deutung vor dem König sagen. Das heißt, der Daniel sagt dem König eigentlich jetzt, das, was du hier siehst, du bist das goldene Haupt, ja? Sagt er nachher. Das ist die Abfolge von Weltreichen. Aber irgendwann kommt ein Stein, der wird vom Gebirge herabgerissen, ohne Hände, und er schlägt das Standbild an seine Füße und die ganzen Weltreiche, die werden alle zerstört werden. Und der Stein wird so groß, dass er die ganze Welt füllt. Das ist ein Bild auf Christus. Christus kommt vom Reich Gottes, von einem Berg, ohne Hände herabgerissen, weil es kein Mensch tut. Der kommt aus Gottes Antrieb und der schlägt das Standbild an seine Füße und diese ganzen Weltreiche hier, die werden alle zerstört und nur das Reich Christi bleibt übrig. Das ist ein Bild, das kann man gut verstehen. Das ist das, was hier gezeigt wird. Und das ist das, was der Daniel gesehen hat. Und jetzt deutet er dem Nebukadnezar den Traum und sagt, du, König, bist ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreichs Macht, Stärke und Ehre gegeben hat und dem er alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Feld und die Vögel unter dem Himmel, in die Hände gegeben und dem er über alles Gewalt verliehen hat. Du bist das goldene Haupt. Aha, da geht es um Weltreiche, da geht es um Politik. Da ist es politisch hier. Hier sitzen zwei Staatsmänner zusammen. Hier sitzt der Beherrscher der Welt zusammen mit dem zweiten Mann in der Politik in Babylon. Das sind zwei Alphatiere und wir dürfen Mäuschen spielen und dazuhören, was die beiden miteinander da verhandeln. Das ist politisch, das Buch Daniel. Das sind die Weltreiche, die kommen. Und dieses Standbild hier findet man in Daniel 2 und das ist wie ein grober Setzkasten, was grob den Ablauf der Weltgeschichte skizziert und alle Folgekapitel von Daniel, die Prophetien, die dort kommen, das wird immer weiter verfeinert. Die müssen alle ins Standbild reinpassen, wieder nach vorne. Als ob Gott erst mal einen groben Überblick gibt und dann die Fächer alle Stück für Stück füllt, bis ein komplettes Detailbild entsteht. Das ist sehr klug, was Gott da macht. Das ist ein grober erster Abriss. Und der Fehler, den man gemacht hat, ist, dass man die Beine hier genommen hat und hat die hier nach Italien geschoben. Und das macht man in der ganzen Daniel-Auslegung auch. Man deutet diese ganzen Bilder, die Daniel hier hat, alle auf Rom, alle aufs Römische Reich. Ja, warum macht man das denn? Weil man sich verleiten lässt, auf das zu achten, was vor Augen ist. Man achtet nicht auf das Wort Gottes, sondern man achtet auf die gegenwärtige Politik, die man sieht. Und das große Römische Reich, was unser Europa geprägt hat, mit Gesetzgebung, mit Architektur, mit Infrastruktur, mit römischem Gedankengut, das hat man vor Augen gehabt. Und der natürliche Mensch achtet auf das, was er sieht und das trägt er in die Bibel rein und er interpretiert die Bibel so, wie er mit diesen Augen sieht. Und das ist schon im Paradies schief gegangen. Die Eva kommt ja und guckt sich den Baum an und sieht, dass vom Baum gut zu essen ist und er nimmt sie von der Frucht und isst, obwohl sie ein Wort Gottes empfangen hatte von Adam. Denn Gott hat gesagt, ich sollte nicht essen von dem Baum. Der Adam kommt, setzt sich an den Tisch, Eva sagt, kommst du denn her? Sagt Adam, ich komme von Gott. Ja und, was hat er gesagt? Ja, er hat gesagt, wir sollen nicht essen von dem Baum. Was? Da gucke ich mir mal an. Dann läuft sie los zum Baum, sieht den Baum, sagt, wieso, super Baum. Ja? Toll zu essen, sind doch schöne Früchte, nehme ich von. Das heißt, sie macht sich ihre eigene Meinung. Versteht ihr das Bild? Sie macht sich ihre eigene Meinung über diesen Baum und sie vergisst, was Gott gesagt hat und urteilt und danach ist der ganze Sündenfall und das ganze Drama über die Welt gekommen. Und das passiert heute oft auch in Gemeinden, dass die Pastoren das predigen, was sie fühlen, was sie so empfinden als Mensch, was sie so meinen, weiterzugeben, was sie meinen, zu sehen in der Politik. Und das tragen sie in die Bibel rein. Und es ist immer schief gegangen. Ja? Der Reiter auf dem weißen Pferd, das war doch der Corona-Reiter. Der hatte doch eine Krone auf. Wisst ihr das noch? Die Sau hat man durchs Dorf getrieben während Corona. Ja, das steht in der Offenbarung schon mit Corona. Nee, das steht überhaupt, das haben wir jetzt mittlerweile auch wieder alle vergessen, weil Corona ist ja vorbei. Das kommt, nächsten Monat kommt was Neues. Ah, das steht ja hier in der Bibel. Das darf man nicht tun. Man muss die Bibel mit Bibel auslegen. Aber der natürliche Mensch schaut auf das, was vor Augen ist, was in seinem Bauch ist, was in seiner Seele ist und interpretiert das in die Schrift rein. Ja? Und der natürliche Mensch, der da zuhört, sagt, ja, das hat mir was zu sagen gehabt. Dieses Buch werde ich kaufen von dem Mann. Und ein Freund von mir in Rumänien sagt, also in alle prophetischen Bücher nach 30 Jahren muss man die wegwerfen und Neue schreiben. Genau, sage ich, ja, weil man sich immer auf die jeweilige Zeit berufen hat. Und das hat man mit dem Römischen Reich auch gemacht. Man hat das große Römische Reich gesehen und hat einfach gesagt, auf Alexander den Großen, da ist Rom gefolgt. Und jetzt sind hier zwei Beine. Das sind aber doch Schenkel. Nee, das sind zwei Beine. Sagen auch die Ausleger. Ich will im Detail nicht drauf eingehen. Okay, also er gibt hier also hier schon mal zu, du Nebikatesa, bist das goldene Haupt. Also wir haben eine Deutung von Babylon. Das ist wichtig für uns, ja, für die Ausleger. Das fängt mit dem Babylonischen Weltreich an. Nicht mit Ägypten, nicht mit Assyrien. Babylon ist der Anfang hier, ja? Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer denn deines, ja? Metall, ja? Danach das, das ist praktisch hier, Medopersien. Danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist, ja? Und über alle Länder herrschen wird. Hier wird noch nicht beschrieben, wer das dritte Königreich und das zweite Königreich ist. Das kommt jetzt in Kapitel 7 und Kapitel 8. Da wird gesprochen von Darius. Da wird gesprochen von dem griechischen König, ja? Von dem Horn und so weiter. Hier ist das noch nicht so im Detail aufgeschlüsselt, wie das in den späteren Kapiteln ist. Eins wird uns schon mal gezeigt, dass das goldene Haupt Babylon ist, ja? Nebukadnezar. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deines, danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird. Alexander, ja? Und das vierte wird hart sein wie Eisen, denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt. Ja, wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Das hat man auf das römische Europa gedeutet. Man hat gesagt, Europa hat so viel Völkerwanderung, das ist so vermischt miteinander und es ist zum Teil militärisch stark, aber es ist moralisch schwach oder sozial schwach bei gleichzeitiger militärischer Stärke und man hat das alles hin und her interpretiert dann. Aber ich glaube, es ist von Rom überhaupt nicht die Rede. Im ganzen Buch wird Rom nicht ein einziges Mal erwähnt, weil Rom in einem ganz anderen Erdteil liegt. Und das ist natürlich fatal für alle Ausleger. Ich kenne auch viele persönlich, die es über Jahre hinweg dann auch ausgelegt haben. Wenn man die damit konfrontiert, dann ducken die sich weg. Die wissen aber, dass das stimmt. Ist ja nicht so schwer. Man kann das ja googeln, dann findet man das nirgendwo, Rom im Daniel erwähnt ist. Und die können sich das nicht vorstellen, dass sie da falsch liegen. Sind ein bisschen wie die Eva. Die achten auf das Sichtbare. Das finde ich fatal. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Aber zur Zeit dieser Könige, wenn diese Könige herrschen, scheinbar ist das eine Abfolge von Königen, von Königreichen, zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird, weil der Fels ja vom Gebirge kommt und das alles zerschlägt. Christus kommt, richtet sein Reich auf. Er wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte. So hat der große Gott dem König kundgetan, was der einst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig, Punkt. Das ist selbstvertrauen, oder? Ja? Der Traum ist zuverlässig, die Deutung ist richtig. Jetzt bist du dran. Hammer, ja? Der war also der Bowl, sagen die Amerikaner. Der kam da mit breiten Schultern, in der Bescheidenheit und hat den König ja auch geehrt, aber was so ist, ist so, ja? Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und warf sich nieder vor Daniel. All die Weisen haben eben noch gefürchtet sich vor ihm, weil der hatte ja Macht, die alle umzubringen. Jetzt wirft sich der Nebukadnezar vor ihm nieder und befahl, man sollte ihm Speisopfer und Räucheropfer darbringen. Und der König antwortete Daniel und sprach, es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott, der über alle Götter und ein Herr, der über alle Könige ist, der Geheimnisse offenbaren kann, wie du dies Geheimnis hast offenbaren können. Und der König erhöhte Daniel und gab ihm große und viele Geschenke und machte ihn zum Fürsten über das ganze Land Babel und setzte ihn zum Obersten über alle Weisen in Babel. Und Daniel bat den König über die einzelnen Bezirke im Lande Babel, Schadrach, Meshach und Abednego zu setzen, das sind seine drei Freunde, und Daniel aber blieb am Hof des Königs. Das ist der Text. Also wir haben jetzt schon mal gesehen, es geht gar nicht um Beine, es geht um Schenkel. Es gibt vier Schenkel. Wenn wir das Experiment machen und nehmen die Beine, schieben die von Italien in den vorderen Orient, dann finden wir dort vier Königreiche, die auf Alexander gefolgt sind. Die schauen wir uns jetzt mal an, damit wir das nicht so in der Luft hängen lassen. Jetzt gucken wir uns mal kurz die Historie dazu an. Babylon war von 612 bis 539, dann kommt Medo-Persien 539 bis 333, 333 bei Isos Keilerei, Alexander der Große wird König von 333 bis 323, zehn Jahre nur König gewesen, sehr jung gestorben, die ganze Welt erobert. Alexander der Große ist für jeden Machtpolitiker das Beispiel par excellence. Das war der größte Völker aller Zeiten, weil Gott es so wollte. Und er hat ein riesiges Weltreich zusammengeräubert und dann fängt das römische Weltreich an, aber erst ab 168 vor Christus. Und das hat gedauert bis 395 und dann war erst Reichsteilung. Da wurde ja Rom erst zu zwei Reichen, was auch nicht stimmt. Rom hat nur zwei Regierungssitze gehabt, Rom und Konstantinobel, weil das Reich so groß war, aber es war damals noch nicht geteilt. Es war noch ein römisches Reich. Und die Ausleger heute sagen, ja gut, die Urgemeinde hat das auch immer so ausgelegt. Jetzt sage ich, die Urgemeinde hat ja vor der Zeit hier gelebt, die wussten überhaupt nicht, dass Rom geteilt würde. Oder steht der Stammbild auf einem Bein vielleicht. Das ist ja nur ein römisches Reich. Das passt alles nicht. Und das passt auch historisch nicht, weil wir hier sehen, dass hier eine Zeit zwischen ist. 323 bis 168. Was war denn dazwischen? Da muss doch noch jemand dazwischen gewesen sein. Und man kann das sehen, zwischen diesem Reich der Römer, also wir sind jetzt hier im Jahr 200, also wir sind in der Zwischenperiode, 323. Jetzt gehen wir mal 120 Jahre weiter, dann sind wir hier beim Jahr 200. Und im Jahr 200 vor Christus, das sah das hier so aus, die Diadochenreiche vor Beginn der Kämpfe mit Rom. Das ist das Reich im Nahen Osten im Jahr 200 vor Christus. Das sind die Selorkiden, das sind die Ptolemäer, das sind die Kasander und das Reich vom Lysimachus. Die sind verschieden eingefärbt. Die haben sich hin und her gekloppt. Das waren mal fünf, dann waren es mal sieben, dann waren es mal sechs. Zum Schluss haben sich dann vier davon durchgesetzt und haben dann dieses Reich praktisch dann aufgeteilt. Das war ein harter Kampf, in dem die da gestanden sind. Und man kann dann praktisch sagen, dass zwischen dieser Phase die Diadochen gewesen sind. Und dann passt das. Aber das würde ja heißen, dass auf Alexander den Großen nicht das römische Reich folgt, sondern auf Alexander den Großen folgen die Diadochen, und zwar vier Stück, weil wir Schenkel haben. Und das ist jetzt natürlich spannend. Und jetzt wehren sich die Exegeten, die Ausleger und sagen, nein, das kann nicht sein. Ich habe einen Freund, der ist Bibellehrer an der Bibelschule und ich habe den angeschrieben, habe ihm das geschickt, vor vielen Jahren schon, und sage, sei doch so gut und schieß da mal gegen. Ich habe da kein embryonales Verhältnis zu. Wenn das falsch ist, dann ändere ich das. Dann hat er mir zurückgeschrieben und hat gesagt, ja gut, das ist ja ein Standbild und das sind ja Beine. Vielleicht sind die nach Italien gelaufen. Dann sage ich, ja gut, aber das ist ja ein Standbild und kein Laufbild. Aber ist das das theologische Niveau, wo man spricht dann drüber? Stehst du denn so alleine jetzt mit deiner These? Ja, das fragen mich viele. Oder bist du sozusagen der Lanker, der Bibel? Der Lanker. Also das ändert sich im Moment. Also die letzten Jahre war ich da mehr oder weniger schon alleine mit. Aber es gibt jetzt so maßgebliche Leute, die das auch so sehen. Es wird auch jetzt schon gepredigt. Also es gibt erst auch, die das auch predigen in ihren Gemeinden. In Frankfurt, in Wiesbaden in der Gemeinde gibt es jemanden, der auch ein Buch geschrieben hat über die Endzeit. Und der schreibt natürlich auch über die Daniel-Prophetie. Und der hat mich, ich darf den in aller Bescheidenheit sagen, nur weil du gefragt hast, ja, der hat mich da zitiert. Der hat die ganzen verschiedenen Varianten aufgezeigt und sagt, die sind alle nicht glaubwürdig wegen A, B, C, D. Aber hier der Kleinen, der hat ein Modell und das funktioniert, ja. Ein Herr Ort, Pastor Ort, habe ich direkt angemeldet, sage ich, freue ich mich, dass Sie mich zitiert haben. Ja, ich sage, ja gut, was stimmt, stimmt. Ja, sage ich, haben Sie auch recht, ja. Also das fängt an und nimmt langsam so Raum und greift langsam um sich. Sehr zum Leidwesen der bisherigen Theologen, weil die ja alle irgendwie falsch liegen und die Diskussion in den Gemeinden, die fängt jetzt auch an. Also ich bin so ein bisschen Unruhestifter dann dabei. Das hieß ja auch, dass Rom dann die Füße sein müssten und nicht Europa, oder? Gute Frage, ja. Das ist die Frage. Ich glaube, dass das im Nahen Osten bleibt. Also wir müssten das alles austauschen. Also Europa auch weg. Ja, ja. Also ich glaube, dass das alles im Nahen Osten ist. Die Frage ist, wie weit kommen wir denn, wenn wir das hier weiter verfolgen? Also zumindest hätten wir schon mal, diese historische Hürde würde mit unserem Modell funktionieren, ja. Und wenn ich das auch sagen darf, das ist natürlich ein bisschen eine verrückte Sache, aber ein Bruder hat dieses Modell in AI eingegeben, künstliche Intelligenz. Und hat die künstliche Intelligenz gefragt und der hat so einen Zugang. Also der sagt, das ist nicht das, was ihr als Endkunden bekommt. Der ist EDV-Mann und der hat da eine bessere Version. Und ich habe bisher Skrupel gehabt, das zu machen, ja. Weil ich sage, das ist halt eine künstliche Intelligenz und das ist halt kein Mensch, ja. Habe das aber auch dann irgendwann mal versucht. Er hat das eingegeben und hat gesagt, wie ist denn da die Auslegung vom Standbild? Und dann hat diese künstliche Intelligenz ihm dieses Modell gezeigt hier, ja. Und hat gesagt, wie alle das auslegen. Und dann hat er gesagt, was wäre denn, wenn es so und so wäre? Und dann hat er meine Variante reingeschrieben. Und dann hat diese Maschine dann gesagt, ja, das ist aber interessant, das passt historisch besser als die bisherige Auslegung. Und es würde auch in den Daniel besser passen. Oh, das ist aber spannend jetzt, ja. Ich habe immer natürliche Intelligenzen gefragt, aber die wollten da nicht so richtig mit. Aber die künstliche scheint das irgendwie zu verstehen, ja. Und dann hat er gesagt, werte das. Vergib Punkte von eins bis fünf. Und zwar für Historizität, Textzusammenhang, prophetischer Zusammenhang in Daniel, Textgenauigkeit. Und er hatte noch einen fünften Punkt. Und dann hat die bisherige Auslegung hat acht Punkte gekriegt und ich habe zwölf. Und die Maschine hat gesagt, was ihr noch fehlt ist, dass die Zehen natürlich auch dann von Italien in den Nahen Osten müssten. Und da sage ich, da hast du aber recht, Maschine, ja. Nun hat der Bruder das da noch nicht eingegeben. Da habe ich gesagt, wenn du das auch eingibst, kriege ich dann 15 Punkte. Das wäre ja super. Habe ich im Abi nie gekriegt, ja. Aber das fand ich spannend und ich habe da auch ein Video drüber gemacht, haben ganz viele Aufrufe bekommen. Viele haben das auch kritisch gesehen. Ich sehe das auch ein Stück weit kritisch, ja. Aber ich fand schon mal spannend, dass dass da so eine so eine unabhängige Maschine, die jetzt nicht so eine nicht so einen Ruf zu verlieren hat, ja, wie so bekannte Pastoren, dass die das so so neidlos zugibt. Das fand ich interessant. Und um das zu ergänzen, es gibt auch Bibelübersetzer jetzt, die auch namhafte Leute, ich kann den Namen nur nicht sagen, weil die sich noch nicht trauen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber die haben mir schon in vier Augen, unter vier Augen gesagt, dass das stimmt, was ich da schreibe. Und wenn die Übersetzer das anders übersetzen hier, so wie das gemeint ist, dann müssen die Auslehrer dem Text auch folgen. Ja, also das ist nicht ohne, was da passiert. Aber bislang war ich da relativ alleine, ja. Ist so, ja. Aber es ändert sich zügig. Und ich freue mich auch eigentlich darüber, ja, dass das so passend ist. Daniel war ja auch alleine, ne. Die Diadochen haben wir dann hier. Also wir machen jetzt hier keine, wir machen da nicht mehr Rom, ja. Sondern wir schieben jetzt gedanklich die Beine in den vorderen Ohr und sagen, finden wir da was? Und dann finden wir die Diadochen. Okay, dann streichen wir mal Rom raus, ja. Und schreiben mal hier Diadochen rein. Und dann gucken wir mal, wie weit wir mit unserem Standbild dann kommen, ja. Das heißt, die Schenkel wären dann vier und es sind vier Diadochenkönige. Obwohl im Text nicht steht seine vier Schenkel aus Eisen, ja. Sondern da steht nur seine Schenkel aus Eisen. Mehr steht da nicht. Und mehr lege ich da auch nicht rein, ja. Ich sage nur, ein Mensch hat vier Schenkel. Es ist noch ein bisschen komplizierter, aber das erspare ich euch jetzt, weil dann kommen wir zu weit weg, ja. Ist noch ein bisschen, man kann es aber, der Text ist noch viel genauer als wir glauben, ja. Aber wir lassen Unterschenkel Unterschenkel Heißen die nicht mehr Waden oder so? Ja, das stimmt, ja. Also normal heißen die Schenkel Schlägel. Ja, also im Althochdeutschen, wenn man im Althochdeutschen Schenkel gesagt hat, meint man immer den Oberschenkel. Warum? Weil es vom Hühnchen kommt. Weil am Unterschenkel am Hühnchen ist ja nichts dran. Wenn ihr einen Hühnerschlägel habt, kriegt ihr immer einen Oberschenkel mit dem Muskelfleisch, ja. Und der Unterschenkel mit der Kralle, der ist halt abgehackt worden in der Metzgerei. Und deswegen war der Schlägel oder der Schenkel im Althochdeutschen immer der Oberschenkel, ja. Jetzt sind wir hier aber nicht im Althochdeutschen, wir sind im Aramäischen, hallo, ja. Jetzt hat aber die Schlachterbibel übersetzt, seine Oberschenkel, zumindest die 2000er, ich glaube 51er, nicht, oder? 85 steht Schenkel. Okay, 2000er Schlachter, Karl-Hermann Kaufmann haben jetzt seine Oberschenkel übersetzt. Die haben den Text verschlimmbessert. Darf man nicht machen, ja. Muss man so lassen, wie er da steht. Aber Oberschenkel, dann wird ja das ausgelassen, das dazwischen. Genau, dann wäre da eine Lücke, ja, das wird ja nicht funktionieren. Aber wenn man das jetzt mal anders nimmt, also jeder Mensch hat ja zwei Schenkel, dann würden ja da rein theoretisch zwei stehen. Haben wir nicht vier? Ich weiß nicht, wie... Zwei Oberschenkel, zwei Unterschenkel, was würde vier machen? Ja, ich hatte das mal gelesen, dass er da irgendwo erwähnt hat, also zum Internet. Seine Schenkel. Ja, ich hatte nämlich, wenn man vier Schenkel nimmt... Eigentlich steht da noch was anderes. Eigentlich steht da sein Bauch und seine Oberschenkel aus Bronze, seine Unterschenkel aus Eisen. Das steht. Ich will euch nur nicht verwirren. So steht das. Genau. Da steht auch kein Kupfer, ne? Oder Kupfer. Bronze oder Kupfer, ja. Doch, steht. Steht schon. Was ich damit sagen will, ist nur, das wird jetzt kompliziert, ja. Da müsste man sich mehr Zeit nehmen für. Alexander der Große war aus Bronze. Warum? Weil der aus Europa war. Und zwei seiner Generäle waren ja auch aus Europa. Die sind auch aus Bronze. Cassander und Lysimachus. Aber zwei, Ptolemäus und Zeloikus, die kommen aus Asien. Deswegen sind die aus Eisen. Deswegen haben wir da einen Materialwechsel in den Schenkeln. Das ist aber komplizierter jetzt. Da müsste man sich mehr Zeit nehmen für. Deswegen steht seine Schenkel aus Eisen auch normalerweise im Plural, könnte aber auch dual sein. Also in derselben Form dort stehen wie seine Brust und seine Arme. Dual. Schenkel dual. Jetzt gehen wir aber richtig tief in den Text rein, ja. Also das wird aber jetzt vielleicht zu kompliziert, ja. Ich will, der Text ist hoch exakt, viel exakter, wie wir glauben. Wir unterschätzen das oft. Und die Auslegung, die man hier macht und sagt, das sind zwei Beine, das ist Ost und West rum, das ist naiv Malerei, ja. Das ist viel zu schlicht. Und das hat man über Jahrhunderte gemacht, aber es ist einfach falsch. Weil die Beine würden ja dann hier stehen, um Himmels Willen. Wenn ich hier stehe, meine Beine sind da drüben, was passiert denn dann? Da könntet ihr mir gar nicht sehen, ja. Ja, das funktioniert ja alles nicht. Und das ist ja jetzt nur ein sehr naives Bild, aber das macht man theologisch, weil man das den ganzen Daniel durchmacht. Und das darf man nicht tun, ja. Und ich sage ja, nur lasst uns mal zum Text zurückgehen und gucken, ob wir das historisch und geografisch und prophetisch und textlich auch sauber hinkriegen. Und das kriegt man mit dem Modell, ja. Was natürlich fatal ist für die Ausleger. Also wir hätten jetzt hier die Kasander, diese vier Diadochen. Wir bleiben mal bei den Vieren, ja, weil es einfacher ist, weil es sonst so kompliziert wird, um das zu erzählen, ja. Wir hätten hier diese vier Schenkel. Kasander, Lysimachus, Seleukus und Ptolemäus. Kasander in Griechenland, Lysimachus, Griechenland, Westtürkei, Seleukus, Vasyrien, Ptolemäus, Ägypten. Ja, das wären die, die wir haben und die sind hier auf der Karte, sieht man hier. Das ist der Seleukidenreich, das Gelbe, jetzt sind es vier, ja. Hier ist Kasander hier oben, der Grüne, Kasander, Lysimachus und hier unten Ptolemäus. Vier Schenkel im vorderen Orient. Da, wo auch das Reich Alexanders des Großen war. Der kam da von Mazedonien. Das ist deckungsgleich mit Alexander dem Großen. Ja. Ich will damit nur zeigen, wir haben jetzt praktisch, Italien ist ja hier irgendwo, ja, wir haben die zwei Beine in vorderen Orient verschoben und sehen, die sind, das ist das Reich Alexanders des Großen und gar nichts anderes. Und das ist aufgeteilt worden in vier Schenkel, Bauch, Schenkel. Ja. Und wir haben zwei, wenn man im Bild bleiben will, zwei liegen in Europa und zwei liegen hier in Asien, vorderasien. Ja. Das heißt also, von den vier Diadochen, da waren die beiden, die waren eigentlich die wichtigen. Seleukus, Syrien und Ptolemäische Ägypten. Die waren besonders wichtig, weil die beiden nämlich die beiden Mächtigsten waren und die beiden haben immer gegeneinander gekämpft, weil wenn einer von den beiden den anderen besiegt hätte, dann wäre er der Nachfolger Alexanders des Großen geworden und Beherrscher der ganzen Welt. Ja. Weil wenn der Seleukus den Ptolemäus besiegt hätte, dann hätte der kurzer Hand auch Lysimachus und Kassander platt gemacht mit der versammelten Macht, die er hier hatte und dann wäre der Seleukus der Herrscher der Welt geworden und dasselbe galt der Ptolemäus, wenn er den Seleukus besiegt hätte und die haben immerhin gegeneinander gekämpft, von 323 vor Christus immerhin gegeneinander und die haben sich so lange in Schach gehalten, dass Rom hier in der Zeit die Möglichkeit hatte, immer größer und immer stärker zu werden, sie immer weiter auszudehnen und dann irgendwann hier in den Konflikt eingegriffen hat und dann irgendwann alles erobert hat und dann kam das Römische Reich. So ist es abgelaufen. Das heißt also, die beiden haben immer gegeneinander gekämpft und sich in Schach gehalten. Das wird in Daniel 11 in aller Detailtreue beschrieben. Daniel 11 beschreibt den Kampf dieser Dynastien gegeneinander. Mal haben sie gekämpft, mal haben sie sich versucht zu verheiraten miteinander, um die Töchter dann und die Söhne miteinander zu verheiraten, die sind aber wieder umgebracht worden. Also es ging immer hin und her, aber man hat versucht, die beiden irgendwie das alte Alexanderreich wieder aufzurichten, entweder mit Gewalt oder mit Hochzeit, obwohl es vielleicht ähnlich ist. Aber man hat das nicht geschafft. Man hat aber dafür dann oder man hat damit dann in Kauf genommen, dass Rom so groß und so stark wurde, dass das Römische Reich dann irgendwann hier eingefallen ist. Und das Frappierende ist, dass im Daniel die römischen Feldherren, die später dann zu Senatoren wurden, die werden im Buch Daniel erwähnt. Der eine ist Kipio Asiaticus und der andere ist Laenas. Man kann die im Text identifizieren. Die werden zwar nicht mit Namen genannt, aber die werden erwähnt im Text, dass die kommen und den Antiochus III. besiegen in einem bestimmten Krieg. Und später wird auch gezeigt, dass der Laenas, der kommt dann von Rom hier runter und schickt einen der Seleukidenkönige wieder nach Hause. Es ist also so, dass das Römische Reich nicht nur nicht erwähnt wird in Daniel. Es ist noch viel schlimmer. Es ist so, dass Gott sogar sagt, ich kenne sogar einzelne Senatoren und einzelne Feldherren aus dem Römischen Reich, aber ich meine Rom nicht. Deswegen habe ich Rom nie erwähnt. So schlimm ist das. Kann man das verstehen? Es ist nicht so, dass das ein Lapsus wäre oder dass das ein exegetischer Fehler wäre oder eine Unschärfe oder dass man sagt, naja gut, das kann man da so rein interpretieren. Nein, nein, nein. Das Römische Reich kommt da nirgends drin vor, aber es kommen einzelne Senatoren vor. Die Laenas und Scipio Asiaticus sind historische Figuren. Das heißt, die Exegeten können nicht sagen, ja gut, das ist eine Interpretationsfrage. Nein, nein, das ist keine Interpretationsfrage. Das hängt am Text und ihr seid nicht am Text. Ihr seid nicht in der Historie. Und es ist so peinlich für die. In der letzten Zeit habe ich kein Video mehr gesehen im Internet, was sich mit dem Standbild beschäftigt. Das finde ich komisch, weil es wäre ja eine tolle Zeit jetzt so. Wir sind ja alle so ein bisschen in Endzeitstimmung. Irgendwie wagt sich da keiner ran. Das finde ich also hochspannend, was da passiert. Ich bleibe da ganz einfach am Text und ich sage, da steht halt nur Schenkel, da steht nicht Oberschenkel, da steht nicht Unterschenkel, da steht nicht Schlegel. Im Schwäbischen heißt das Fies. Die Fies gehen auch bis an die Hüfte. Da hast du überhaupt keine Schenkel mehr. Und das ist aber alles nicht Schwäbisch, das ist nicht Altdeutsch, das ist Aramäisch. Und wenn ich den Text verstehen will, muss ich ins Aramäische, dann muss ich mir Schock angucken. Dann muss ich gucken, ist das im Singular, im Plural, im Dual. Dann muss ich da Fachleute fragen. Und dann muss ich das, was ich hier tue, das muss ich mit fachkundigem Fachwissen, muss ich das belegen. Weil die sagen, der Kleine ist ein Spinner, das ist ein Niemand. Der ist überhaupt kein Theologe. Der kann das überhaupt nicht wissen. Ich muss das alles beweisen, was ich hier sage. Und ich beweise das am Text. Und das macht die ja so unruhig dabei. Weil das plötzlich, das andere, das passt alles nicht mehr. Meine Mutter sagt zu mir, ich höre mir das andere überhaupt nicht mehr an, weil wenn man das einmal gehört hat, dann kann man das nicht mehr vergessen. Dann merkt man, der Kaiser ist nackt. Der Kaiser ist nackt. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für die Theologie. Aber ich sage, hier bewegt sich was. Ich will da nicht prahlen. Aber das ist so spannend, vor allem, dass jetzt Profis anfangen, sich damit auseinanderzusetzen. Unterschenkel ist ganz normal. Bitte? Wenn man googelt, Unterschenkel. Ja, glaube ich. Aber es steht da nicht. Ja, aber gibt es Unterschenkel? Unterschenkel gibt es. Ich habe zwei. Zeige ich aber nicht. Ja, natürlich. Ja, aber es steht nur Schock. Es gibt ein Handwörterbuch des Aramäischen. Das ist von einem Gesenius. Das ist so dick. Das ist das Standardbuch, um das Aramäische, Hebräische und Aramäische zu übersetzen. Das ist der Fachmann überhaupt. Der übersetzt Schock und da steht Schenkel. Und wenn ihr jetzt eine Wuppertaler Studienbibel euch kauft, dann schreibt der Kurt Meier, nee, Gerhard Meier, irgendwie Landesbischof von Baden-Württemberg oder was war da irgendwie sowas, ja, evangelisch, der hat eine Auslegung zu Daniel gemacht und er sagt, im Grundtext steht tatsächlich Beine. Obwohl Gesenius auf Seite 905 in seinem Handbuch für Aramäisch und Hebräisch schreibt Schenkel. Merkt ihr, was da passiert? Der sagt, ich behaupte einfach mal, dass da Beine steht. Warum? Ich brauche die Beine für meine Auslegung Ostrom und Westrom, weil ich will ja hier nach Italien mit meinem Krempel. Was an sich schon falsch ist. Und dann leugnet er die Bedeutung von Schock, dass das Schenkel heißt und sagt, nee, das heißt einfach Beine. Ich weiß, dass Gesenius, und das ist der Fachmann für diese Sprachen, für diese Althebräisch, Altsyrischen Sprachen, ich weiß, dass der das anders sagt, aber ich behaupte einfach, und dann werdet ihr auf so eine Fährte gelockt. Und das macht Theologie. Ich versuche die Bibel aber möglichst Ergebnisse offen zu lesen. Ich kenne die Theologien auch. Ich habe die mir alle angelesen. Ich habe die alle gelesen. Ich habe mir die Bücher alle bestellt. Ich habe die alle durchgeackert. Ich habe eine Tabelle gemacht und habe die alle aufgeschrieben. Zeilen und Spalten, alles. Ich weiß das alles. Und ich sage, das ist einfach falsch. Und ich schreibe das an einen Theologen in der Schweiz und sage dem, guck mal, könnte das so oder so sein. Da sagt er, du hast den Gerhard Mayer beleidigt. Sag ich, was, womit das denn? Ja, du hast da diesen und jenes geschrieben. Sag ich, nö, er hat das doch geschrieben. Ich habe das doch gezeigt. Aber ich will gar nicht auf so einen, ich kenne den Gerhard Mayer überhaupt nicht. Wieso soll ich den beleidigen? Der hat halt das und das in der Stuttgarter, in der Wuppertaler Studienbibel geschrieben. Und ich habe das in meinen Videos abfotografiert. Das ist ja Fakt. Das hat doch nichts mit Beleidigt zu tun. Aber die sind so ein bisschen dievenhaft. Oh, der hat mich da angeschossen. Ja, das mögen die nicht. Und ich war da in einem recht heftigen Prozess auch. Und dann waren wir auf der Wartburg oben, sind dann durchs Museum gelaufen. Und dann sehe ich da an der Wand so ein Bild, also mit einem Spruch vom Luther. Den hat der Luther im 16. Jahrhundert dem Spallatin geschrieben. Und da hat der Luther geschrieben, darum nützen ihre Schriften nichts, weil sie das Beißen und das Kratzen unterlassen. Und dann glauben die Prälaten, dass niemand es wagt, sie anzugreifen. Das ist ja genau meine Situation. Die trauen sich nicht. Man muss auch manchmal kratzen, manchmal ein bisschen pitzen, manchmal ein bisschen beißen. Das darf man auch. Das heißt ja nicht, dass ich die persönlich jetzt abqualifiziere. Aber den Blödsinn, den sie da machen und behaupten, gesehen, es hätte was anderes übersetzt und machen einfach ihr Ding dadurch. Das geht nicht. Das ist nicht in Ordnung. Und ich behaupte das ja nicht. Ich fotografiere das ab und zeige das. Dann bin ich zu dem Museummann hin und sage, ich weiß, dass hier nicht fotografiert werden. Ich habe auch nur ein iPhone. Ich habe keinen Blitz. Darf ich das da abfotografieren? Ich finde den Spruch so cool. Dann sagt er, ich habe hier zu tun. Sag ich, schön, ich habe einen Mensch getroffen heute. Dankeschön. Bin ich zum Bild, habe mir das abfotografiert. Habe ich mal irgendwann in Telegram gestellt. Das, diese Theologien, die darf man angreifen. Die muss man angreifen. Und ich weiß, heute muss man das alles ganz liebevoll sagen. Sonst hat man da direkt schon Unrecht. Wir haben gar keine Zeit mehr. Die Zeit läuft uns doch davon. Und ein Stück weit versuche ich das auch zu entemotionalisieren. Aber ich finde das nicht in Ordnung, weil die Gemeinde Jesu wird hier aufgehalten. Weil das ist wichtig, das zu wissen. Weil das kommt. Das kommt auf uns zu. Und alle erwarten einen Diktator aus dem Westen. Und da kommt keiner. Das kommt alles von der Ecke hier vorne. Dort. Dort her. Und alle gucken hier rüber und warten und warten und wundern sich, wenn das Tier aufkommt, steht eine Offenbarung, dass das das Tier ist. Die wundern sich alle. Weil die alle immer Richtung Italien geguckt haben. Weil alle Pastoren dorthin gezeigt haben. Und ich mache ja nicht mehr, als den Text zu analysieren und versuche dann so ordentlich zu machen, wie es irgendwie geht. Und das zu beweisen am Text, damit das Leser auch nachvollziehen können. Und dann fangen die an. Die müssen das auch nicht direkt applaudieren drüber. Aber dass man das mal gehört hat, das genügt mir schon. Weil das nicht mehr aus dem Kopf geht. Weil das wahr ist. Man vergleicht das immer mit dem, was man mal gehört hat. Und deswegen, ich sage, ich habe auch nichts zu verbergen. Hört euch auch die anderen Auslegungen ruhig an. Stellt die dagegen. Ich möchte gerne, dass meine Zuhörer aufgeklärt sind. Ich komme da nicht mit einer Meinung und will die jemand überstülpen. Ich biete das an und sage, vergleich das doch. Lern das. Kenn dich damit aus, wenn dich das interessiert. Studiere das. Ich gebe dir das nur an die Hand. Ich biete das an. Ich bin davon überzeugt, aber ich muss da niemand zwingen zu. Ich bin da auch nicht militant. Aber begeistert, ja? Ich freue mich darüber. Ja. Verstehe ich gut. Ich sage mal, wenn man keine Alternative hat, dann nimmt man das auch erstmal einfach so zur Kenntnis. Habe ich auch gemacht. Aber wir haben jetzt schon mal, wir haben ja schon mal geografisch was gesehen. Wir haben statisch gesehen, dass es nicht funktioniert. Jetzt haben wir politisch, historisch gesehen, dass es nicht funktioniert. Jetzt sehen wir plötzlich, dass wir da eine Alternative finden. Und das geht auch noch weiter durch. Und das Tier, was du ansprichst, was nachher dann kommt, ja, da kommt ja ein Pader, Bär und Löwe. Und dann kommt ein Tier, was in der Natur überhaupt nicht bekannt ist. Das hat diese Zehn Hörner. In Daniel hat es nur Zehn Hörner. Sieben Häuptler kriegt es ja in der Offenbarung. Aber dieses Tier, was da kommt mit den Zehn Hörnern, das hat doch eiserne Zähne und eher eine Klauen, oder? Ja. Eisen und Bronze? Innerhalb von Daniel? Dann hat das wohl irgendwie mit Griechenland zu tun. Ach so. Da muss man mal drüber nachdenken. Es hat eiserne Zähne und eher eine Klauen. Hat das was mit Seleukiden und Griechen zu tun? Nur mal für den Hinterkopf. Ich glaube schon. Und ich bin einverstanden mit dir. Das, was wir hier machen, muss durch den ganzen Daniel durchgehen. Und bis in die Offenbarung durchgehen. Sonst ist das falsch. Das muss sich ja überall einbetten. Das muss man nachher plausibilisieren, was wir hier finden. Das kann man ja nicht als Inselerkenntnis einfach erzählen. Sondern das muss man nachher zeigen in Daniel 11, in Daniel 7, Daniel 8, Offenbarung 17, Offenbarung 13. Das muss man zeigen. Und wo wir gerade bei Offenbarung 13 sind, da sieht der Daniel aus dem Völkermeer ein Tier aufsteigen. Und dieses Tier, was er da aus dem Völkermeer aufsteigen sieht, das hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther, seine Füße wie Bärenfüße und sein Mund wie eines Löwenmund. Also Panther, Bär, Löwe. Aber Daniel, hat die ja schon mal aufgezählt, die Tiere, der sagt ja, Löwe, Bär, Panther. Babylon, Persien, Griechenland. Löwe, Bär, Panther. Ja, Babylon, Persien, Griechenland. der Johannes in Offenbarung, der sagt aber, Panther, Bär, Löwe. Ach, ja, aber das ist eine falsche Reihenfolge, Johannes. Das ist ja genau umgekehrt wie Daniel. Warum machst du das denn, Johannes? Ich glaube, weil er damit sagt, die Zeit wird wieder zurückgedreht, von Europa zurückgedreht, vom Römischen Reich. Da leben wir meiner Meinung nach im Moment drin. Und das Römische Reich, das zerbricht gerade. Und wir sind da mittendrin. Und das Römische Reich zerbricht und wird zu Ende kommen. Und dann fängt ein anderes an. Das wird nämlich kommen. Und der Johannes in der Offenbarung, der sagt, Gott dreht die Zeit wieder zurück, bis zurück ins Römische Reich und noch weiter zurück, bis nach Babylon, Medopersen, Griechenland. Das wird wieder kommen. Deswegen steht das in der Offenbarung rückwärts. Das sind so ganz spannende Nebendetails, die man da so sieht. Ich will mit euch nochmal so den groben Wurf machen. Wenn man da Zeit hätte, dann könnte man das verästeln. Aber da verzettelt man sich drin. Ich will euch nur noch kurz zeigen, diese Diadochenkönige, die sind halt von Alexander dem Großen, sind die gewesen, bis das Römische Reich kommt. Und der letzte Diadochenkönige, das war dieser Antiochus Epiphanes. Das ist der hier. Und das ist der Laenas. Das ist sein Jugendfreund. Als Tag von Eloysis wird in der althistorischen Forschung der frühe Juli-Tag im Jahr 168 vor Christus bezeichnet, an dem Gesandte der Römischen Republik, den Säleukidenkönig Antiochus IV., ultimativ und letztendlich erfolgreich zum Abzug aus dem Ptolemäischen Ägypten aufforderten. Das heißt, der römische Feldherr Laenas, der hat gesagt, ab, nach Hause. Was wollte denn der Antiochus dort? Der war doch ein Syrer. Was wollte der denn in Ägypten? Der wollte Ägypten erobern. Warum? Wenn er Ägypten erobert, würde er Beherrscher der Welt werden. Dann gibt es kein römisches Reich. Ja? Dann sind aber die Römer, die haben hier eine Schlacht gehabt, hier im Jahr 169, 170 vor Christus. Die haben die Römer gewonnen. Und dann sind die Römer vom Peloponnes da irgendwo mit Vollgas nach Ägypten runter, haben den Laenas da runtergeschickt. Der ist mit dem Motorboot da runter. Und hat dem Antiochus gesagt, stopp, wir sind jetzt die Chefs im Ring, heim, nach Hause. Du eroberst hier überhaupt nichts. Und dann ist Rom auf der Weltenbühne aufgetreten. Das war das Jahr 168 vor Christus. Dann kommt das römische Reich. Bis dahin waren die Seleukiden hier im vorderen Orient und die Ptolemäer, die sich immer gegenseitig bekriegt haben. Und der hat es nicht geschafft, Ägypten zu erobern. Der hat das nicht geschafft. Hätte der das geschafft, und der war so kurz davor, hätte der das geschafft, hätte es kein römisches Reich gegeben. Das war auf Messers Schneide damals. Das ist historisch hochspannend. Und der Laenas und er hier, die waren Jugendfreunde, die kennen sich aus Rom. Ist aber nochmal eine andere Geschichte. Das heißt hier, dieser Tag von Eloysis ist schicksalshaft für den vorderen Orient, weil dieser Antiochus, der Syrer, Ägypten nicht erobern konnte. Und dann muss der nach Hause. Und wo zieht denn der hin? Nach Jerusalem. Und macht dort einen Gräuel der Verwüstung und raubt den Tempelschatz aus, weil er sagt, ich konnte Ägypten nicht erobern. Das war teuer. Der hat Kredite aufgenommen dafür, um den Krieg zu führen. Und dann konnte der Ägypten nicht erobern. Das heißt, der hat jetzt Schulden, der Mann. Und dann haben die Juden den nach Jerusalem reingeholt und der hat dort 168 vor Christus den Gräuel der Verwüstung aufgerichtet. Dieser hier, der hat sieben Jahre lang geherrscht. Und in der Mitte seiner Herrschaft, in der Mitte der Jahrwoche, geht er in den Tempel in Jerusalem. Erinnert euch das an was? Der kommt wieder. Der kommt wieder. Und der wird Ägypten erobern. Wann denn? Na, vielleicht nächstes Jahr. Ich weiß es nicht genau. Das wird sich wiederholen hier. Ich will euch nur damit zeigen, dass dass die Diadochen hier, ja, das ging bis 168 vor Christus. Das ist der Tag von Eloysis. Ja? Alexander der Große, der stirbt 323, dann kommen die vier Diadochen. Die herrschen von 323 bis 168. Hier kommt der Tag von Eloysis. Jetzt kommt Rom. Die Daniel-Geschichte erzählt aber nur bis zu den Diadochen. Schluss. Die erzählt nichts von Rom. Das kommt viel später. Also das heißt, dass dieser Tag von Eloysis schicksalhaft war und dass wir hier, dass wir die Diadochen hier einsetzen dürfen für das Römische Reich. Denn was passiert? Wenn man das Standbild auf Rom deutet, dann würde man die Beine hier, ja, zweieinhalbtausend Kilometer nach Europa verschieben und dann fällt das Standbild um. Das kann man nicht machen. Ja? Weil das Babylonische Reich liegt im Vorderen Orient. Das Medo-Persische Reich liegt im Vorderen Orient. Kopf, Brust, ja? Alexander der Große, das Reich Alexanders Großen liegt hier schwerpunktmäßig im Orient. Seine Hauptstadt war Babylon. Aber das Römische Reich, es liegt ja im ganz anderen Kontinent. Das ist ja Europa, das ist ja Japheth. Ja? Versteht ihr das? Das heißt, wenn man das aufs Römische Reich auslegt, dann liegt das Römische Reich hier und die Diadochenreiche oder die Reiche des Tors hier oben, die liegen im Vorderen Orient. Und wir nehmen den gelben Kreis und schieben den auch in den Vorderen Orient. Und plötzlich passt das. Und das ist natürlich heftig. Ja? Wenn nun die beiden eisernen Beine des Standbilds auf das Römische Reich gedeutet werden, werden in dieser Art der Auslegung die Beine gleichsam zweieinhalbtausend Kilometer nach Westen verschoben, dann kann das Standbild nicht stehen, dann fällt das um. Ja? Das haben wir auch schon gehabt. Ja? Ja? Wir schieben die Beine wieder unter den Tor so. Ja? Und dann steht auch unser Standbild. Das heißt also, wir haben hier diese vier Schenkel, wenn man so will. Und diese beiden, die waren wichtig. Die haben immer gegeneinander gekämpft, bis das Römische Reich irgendwann kam. Ja? Haben wir gesehen. Tag von Eleusis. Und diese beiden Dynastien, die werden in Daniel 11 im Detail beschrieben. So exakt, dass Bibelkritiker sagen, dass Daniel Kapitel 11 nachträglich geschrieben worden ist. Weil Daniel hat ja sein Buch geschrieben 500, 550 vor Christus. Aber die Seleukiden und die Ptolemäer, die gingen ja bis 168 vor Christus. Also 400 Jahre in die Zukunft hat er geguckt. Ja? Und die bibelkritischen Theologen sagen, das konnte der Daniel gar nicht wissen, weil wenn der das aufgeschrieben hat, dann gibt es Prophetie. Wenn es Prophetie gibt, gibt es auch Gott. Ja? Und dann sagen die bibelkritischen Theologen, nee, Gott gibt es ja eigentlich überhaupt nicht. Dann gibt es doch keine Prophetie. Dann muss der Daniel das später geschrieben haben. Dann müsste aber Daniel 2 in die alten Rollen, in den Synagogen, müsste nachher eingefügt worden sein. Dann würde man da ja sehen, dass da einer aufgeschnibbelt hat und wird reingeklebt da mit Tesafilm. Ja? Dann sieht man, aber es gibt keine solchen Rollen. Ja? Das gibt es nicht. Das ist alles in einem Guss geschrieben. Ist aber theologische Notwehr. Ja? Weil man sagt, der Daniel kann das nicht gewusst haben. Aber das ist so exakt, dieses Kapitel 11. Da kann man jeden einzelnen König, der Ptolemäer und der Selochiden, kann man identifizieren, bis zu dem letzten, bis zu Antiochos Epiphanes. Aber jetzt stehen die Beine unterm Rumpf. Jetzt steht unser Standbild. Aber jetzt müssten wir die Zehen aber auch noch in den Vorderen Orient holen, oder? Weil wenn die beiden Beine nicht Rom sind, dann können die Zehen Zehen auch nicht Europa sein, das moderne Europa. Das heißt, und jetzt wird es auch spannend, das heißt, wir müssten ja irgendwo hier im Vorderen Orient Zehen Zehen finden, die irgendwie zusammenhängen mit den Diadochen und die hier am Standbild auch noch sind, die politisch sind und von denen ich mir wünschen würde, dass die in der Bibel auch enthalten sind und die historisch passen und geografisch passen. Und das ist ganz spannend, die kennt ihr auch alle oder viele von euch. Wir gucken mal, ob wir die da zusammendröseln können. Gibt es eine Zehnerstruktur, die mit den Selochiden oder dem Ptolemäern in Verbindung steht? Eine, die in der Bibel zu finden ist. Und da gibt es das hier. Die Dekapolis, das Gebiet der Zehenstädte. Haben wir gestern kurz von gesprochen, ja? Oder heute Morgen war das, ja? Das sind diese Zehenstädte hier, ja, hier oben Damaskus. Und die Karte habe ich gemalt, gezeichnet, mit einem Herrn Professor Dr. Wenning von der Uni Münster. Das ist die Koryphäe für die Dekapolis weltweit. Es gibt keinen Spezialisten weltweit, der sich mit der Dekapolis besser auskennt als der Professor Dr. Wenning. Und ich habe den Wenning angeschrieben und habe gesagt, Herr Dr. Wenning, ich arbeite gerade am Buch Daniel, an dem Standbild. Könnte es sein, dass die 10 Zehen im Standbild ein Bild sind für die Dekapolis und könnte es sein, dass die Dekapolis mit den Selochiden und dem Ptolemäern zusammenhängt? Können Sie mir da helfen? Jetzt schreibt er mir zurück und sagt, ja, Herr Kleiner, das ist ja Basiswissen. Oh, ich nachts habe ich die Mail gesehen, ja, nächsten Morgen zu Ande an Frühstückstück sage ich, ja, Ande, der Dr. Wenning hat mir geantwortet. Da war was Großes für mich. Weil ich kriege ja immer Haue von meinen Freunden, ja, meinen theologischen. Die sagen, du bist verrückt, du bist ein Spinner. Jetzt kommt die Koryphäe weltweit. Ich bringe euch ja was mit, ja. Das habe ich immer nicht aus den Fingern gesogen. Das ist die Koryphäe Welt. Der macht weltweit Vorträge über die Dekapolis. Und der schreibt mir zurück und sagt, ja, Kleiner, das weiß ja jeder. Dann sage ich, ja, glauben Sie mal nur, dass das jeder weiß. Können Sie mir da ein bisschen helfen? Und dann haben wir mit dem kartografischen Institut der katholischen Kirche in Linz, in Österreich, haben wir diese Karte hier gemacht und der hat mir geholfen, diese Dekapolis-Stätte da einzutragen. Habe ich Geld bezahlt für, damit ich die veröffentlichen darf. Ja, ich darf das sonst zeigen, ja. Und ich muss da ja auch so, ich muss da auch ein bisschen Geld rein investieren, weil mir das sonst keiner glaubt, ja. Ja, ich werbe ja um Vertrauen. Ja, das kommt also nicht von irgendjemand hier. Und der hat, dann habe ich dem gesagt, Herr Professor, ich habe es ja einiger gesagt, wenn der mir antwortet, da fasse ich natürlich direkt nochmal nach, ja. Dann habe ich gesagt, Herr Professor Dr. Wendt, vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ich freue mich sehr und bin sehr geehrt. Könnten Sie sich auch mal ein Video anschauen von mir über das Standbild Daniels? Dann hat er das gemacht. Dann schreibt er zurück, Herr Klein, die Wissenschaft kommt nur vorwärts, wenn man seine Thesen mutig vorträgt. Freundliche Grüße. Ist das denn schön? Ist das denn schön? Habe ich der Anja natürlich gezeigt. Guck mal hier, ja. Goldene Kettchen habe ich gekriegt vom Herrn Professor Dr. Fand ich toll, ja. Ich meine, das ist aber ein gewisses Delta zu seinen evangelikalen Freunden, oder? Da kommt jetzt die weltweite Korrefin. Hat er denn nicht nötig, mir zu antworten? Der ist eh das halbe Jahr da unten mit der Schaufel und schaufelt da irgendwelche Münzen aus, ja. Der hat festgestellt, dass die Dekapolis seleukidischen Ursprungs, beziehungsweise diadochisch, wie soll man sagen, seleukidisch-pollemäischen Ursprungs ist. Und zwar erst Mitte der 80er Jahre. Bis Mitte der 80er Jahre hat man gedacht, dass die Dekapolis-Städte, dass die alle römischen Ursprungs sind, natürlich bis auf Damaskus, ja. Dass die von Rom sind, weil man überall römische Gebäude und Bauten gefunden hat. Und der Wenning hat tiefer gegraben und unter den römischen Gebäuden hat er griechische Gebäude gefunden und griechische Münzen vom Antiochus und von den Ptolemäer-Königen, die da immer abwechselnd in dem Gebiet auch geherrscht haben, weil die sich ja immer bekämpft haben. Die Ägypter hier unten und die Syrer hier oben in der Mitte immer das arme Israel. Da sind sie immer durchgezogen, ja. Und der hat überhaupt erst festgestellt, Mitte der 80er Jahre, dass die Dekapolis-Städte zu den Seleukiden-Königen, dass die die gegründet haben, ja, da hätten wir ja 10 Zehen. Ja, dann wäre ja die Auslegung, die ich jetzt hier mache, erst seit Mitte der 80er Jahre möglich, weil bis dahin hat man ja immer geglaubt, das wären römische Städte. Und die Ausgrabungen vom Professor Wenning helfen mir jetzt zu sagen, nee, das ist alles, die hängen hier an den Diadochen, die Zehen. Meine Zehen hängen ja auch irgendwie an meinen Beinen oder Schenkeln, ja, und eure ja auch. Das geht also da in einen durch. Füße schauen wir uns gleich an, die fehlen auch noch, ja. Ich will euch nur zeigen, das sind die 10 Zehen und die kennen wir alle. Und diese 10 Zehen ändern sich auch nicht. Weil wenn die 10 Zehen europäische Staaten wären, dann hätten wir ja ein Standbild mit 27 Zehen. Ja? Es sieht ja blöd aus. Wer will denn 27 Zehen? Ja? Aber mit der Art der Auslegung, und wir bringen jetzt die Bibel, ich verbinde ja nur Punkte in der Bibel. Ich verbinde nur die Punkte, ja. Und wenn wir das jetzt in der Bibel suchen, dann haben wir hier drei Bibelstellen, Matthäus 4, Markus 5, Markus 7, die von der Dekapolis sprechen, ja. Und es folgten ihm, also Jesus, es folgten ihm große Volksmengen von Galiläa und der Dekapolis und Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Viele Menschen sind Jesus nachgefolgt. Viele. Weil er der König war, ja. Schön, ja. Und er ging hin und fing an, in der Dekapolis auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan hatte. Und alle verwunderten sich. Das war der Besessene. Der war hier in Gadara oder Gerasa. Wo haben wir denn hier? Gerasa, Gadara. In einer der beiden Städte. Ist historisch nicht ganz gesichert. Der war besessen. Den hat Jesus geheilt, ja. Der ist in der Dekapolis gewesen. Und als er aus dem Gebiet von Tyrus und Sidon wieder weggegangen war, kam er an den See von Galiläa, mitten durch das Gebiet der Dekapolis. Da ist Jesus durchgelaufen, durch dieses Dekapolis-Gebiet. Ja? Das heißt, wir finden in der Bibel die Dekapolis. Wir finden, was die selokitischen Ursprungs ist. Wir finden, dass die von den Diadochen abstammt. Was läge näher zu sagen, das sind zehn Zehen. Ja? Also das finde ich schon mal hochspannend. Die Dekapolis wird mehrfach in der Bibel erwähnt. Haben wir gerade gelesen. Die Region der Zehenstädte galt bei den Juden als die dunkelste Gegend überhaupt. Denn dort wohnten Heiden, gab es besessene Dämonen und Schweinezucht. Das war eine ganz finstere Gegend da drüben. Ganz grauslich. Hinterm See Genezareth. Wer will denn da sein? Das war eine ganz schlimme Räubergegend. Jesus hat das Gebiet der Zehenstädte besucht und dort unter anderem den Gardarena von Dämonen befreit. Die Dekapolis. Die Bibel kennt das im Neuen Testament. Das überspringen wir. Aber ist alles durch Alexander den Großen und unter seinen selokitischen Nachfolger nach griechischem Vorbild gegründet oder umgeprägt worden. Das heißt also, das ist das Gebiet der Dekapolis hier. Das ist der Nahe Osten zur Zeit Jesu. Das Gebiet von Agrippa I., Agrippa II. Hier die Nabatea. Petra ist deren Hauptstadt gewesen. In der Wüste diese roten Steine, wo sie in den Felsen rein diese Paläste reingeschnitten haben. Und dieses Gebiet der Dekapolis ist kein geschlossenes Staatsgebiet, sondern irgendwie Niemandsland, in dem nur diese zehn einzelnen Städte gewesen sind, die sich gegenseitig versucht haben irgendwie zu schützen. Die einzige israelische Stadt ist übrigens hier Skütopolis. Die liegt links vom Jordan. Alle anderen liegen rechts vom Jordan bis hier hinten raus. Die Karte ist nicht so ganz genau, aber nur, dass man so einen Eindruck hat. Aber der Maske fliegt ja weit außerhalb der Dekapolis. Super, ja. Damaskus liegt weit außerhalb und erstaunlicherweise haben die Historiker festgestellt, dass Damaskus zeitweise zu der Dekapolis dazugehört hat. Und dann haben die Historiker gesagt, das ist ganz ungewöhnlich, weil Damaskus ist drei Tage Reisen entfernt. Wieso sollte denn Damaskus zu Dekapolis gehören? Aber dann wäre das ja fast so, als ob ein kleines Horn zwischen zehn anderen Hörnern auftaucht. Das ist doch Daniel-Prophetie. Dann war das historisch schon mal so? Ja. Dann wäre Damaskus ein kleines Horn und diese zehn Dekapolis-Städte wären die zehn Hörner und zwischen den zehn Hörnern taucht ein kleines Horn auf und bricht drei Hörner aus? Ja, offensichtlich. Das ist spannend. Das ist ungewöhnlich, dass Damaskus zu der Dekapolis dazugehört. Aber es gibt diese Phase aus ganz bestimmten Gründen, weil man bestimmte Textquellen hat. gibt es einen griechischen Philosophen, der beschreibt dann auch die einzelnen Städte und mal sagt er dann, dass Betschian die größte der Dekapolis-Städte war. Das ist Skytopolis. Daraus schließt man, dass zu der Zeit Damaskus noch nicht Teil der Dekapolis war, weil Damaskus größer war als Skytopolis. Und dann gibt es wieder andere Listen, wo dann der gleiche Autor Damaskus dann auch dazu zählt, sodass man sagt, da hat man also plötzlich dann elf Städte. Und das ist hochspannender. Das geht bis in den zweiten Thessalonischer Briefverein, da haben wir jetzt aber nicht die Zeit für. Es geht ja nur darum, ein bisschen Historie und ein bisschen Standbild zu machen. Was ich damit sagen will, ist, dass das nicht Europa ist, sondern aus den Diodochen heraus diese Dekapolis noch zur Zeit Jesu gewesen ist. Und weil das hier endzeitlich ist, kommt das wieder in der Endzeit. Das wird wieder kommen. Und da ist jetzt die Frage, was machen die denn mit den Palästinensern, wenn die dann verlagert werden, die werden die verlagern, bin ich fest daran überzeugt. Wie das kommt, weiß ich nicht genau, aber eins weiß ich, dass wieder eine endzeitliche Dekapolis kommt, das wird so werden wie damals. Und das hängt mit diesen Zehen zusammen. Aber ich will jetzt nicht zu weit da spekulieren, aber wir sagen einfach mal, das sind die Diodochen, das ist Dekapolis. Und dann hätte man ja alles untereinander, dann steht ja unser Standbild, da fällt da nichts mehr um. Und es passt jetzt geografisch, statisch, historisch, biblisch, prophetisch, was will man denn noch mehr, ja? Und das andere, das zerbröselt langsam immer mehr. Und das klingt unglaublich, aber es ist so. Von der anderen Rom-Theorie, da bleibt leider gar nichts mehr übrig. Das Spannende ist jetzt, dass diese Weltreiche alle schon Vergangenheit sind. Babylon, Medo-Persien, Alexander der Große, das war alles schon. Diodochen ist auch schon historisch, ist alles schon vorbei. Aber in der letzten Zeit, da kommen nochmal neue Seleukiden und neue Ptolemäer. Das würde ja bedeuten, dass wir ein neues Syrien hätten und ein neues Ägypten in der Endzeit. Das gab es aber 2000 Jahre nicht. Die nahöstliche Ordnung, die wir haben, das sind alles Nachkriegsstrukturen und Syrien und Ägypten und Israel, die sind alle gleich alt. Und der Irak, die Türkei, die sind ja alle in der gleichen Zeit gegründet worden, alle so nach dem Zweiten Weltkrieg, 48, 49 sind die alle gegründet worden. Als ob zu der Zeit plötzlich ein Neo-Syrien und ein Neo-Ägypten wieder da ist. Natürlich ist Ägypten Jahrtausende alt, aber in der demokratischen Verfasstheit, wie wir das heute haben, ist das genauso alt wie Israel. Sind alle nach dem Zweiten Weltkrieg da gegründet worden. Und das ist natürlich spannend, weil wir dann nämlich sehen können, dass diese, wenn diese Neo-Sylloikiden und die Neo-Polemaeer, wenn die nochmal auftauchen, dann bräuchten wir die politische Struktur im Nahen Osten, die dazu passt und die haben wir heute. Die Frage ist nämlich auch die, was ist denn mit den beiden Füßen? Ja, denn der Stein, der von einem Berg heruntergerissen wird ohne Hände, der schlägt das Standbild ja an seine Füße, nicht an die Schenkel, nicht an die Zehen, an die Füße. Weil das Problem ist jetzt folgendes, wenn die zwei Beine angeblich zwei Beine wären und das ist Ost- und Westrom und die zehn Zehen das endzeitliche Europa sind und das alles eine Abfolge, politische Abfolge von Weltreichen ist, dann ist die Frage ja offen, wer sind denn die zwei Füße? Das passt in diese Rom-Theorie überhaupt nicht rein. Das Fatale ist aber, dass das ja scheinbar eine Abfolge von Weltreichen ist und dass Christus wiederkommt und dieses Standbild an seine Füße schlägt, dann müssten ja zum Zeitpunkt, wenn Jesus wiederkommt, vom Berg herab ein Fels, dann müssten ja zu dem Zeitpunkt die zwei Füße herrschen, nicht die zehn Zehen. Ja, aber wir haben keine Bedeutung für die zwei Füße in der Rom-Theorie. Das heißt, auch das geht nicht auf. Das passt von und hinten passt das nicht, wenn man da näher drauf schaut. Wir schauen uns ja gleich nochmal an, was die zwei Füße dann sein können. Die ist schon ein bisschen angedeutet. Ich glaube, dass ein neues Syrien kommt und ein neues Ägypten und dass sich das wiederholt, wie das in der Antike war und dass die beiden wieder gegeneinander kämpfen. Warum? Weil Europa pulverisiert ist. Ich weiß es nicht genau. Die Bibel sagt da nicht zu. Auf jeden Fall spielt Europa keine Rolle mehr. Und vielleicht geht das für uns alle so ganz friedlich zu Ende und wir denken gar nicht groß drüber nach. Jeder hat seinen Flachbildschirm und seine Mallorca-Reise irgendwie. Oder Europa sieht beim zweiten Kommen Jesu so aus wie beim ersten Kommen. Viel Wald, wenig Menschen. Auf jeden Fall spielt Europa in dieser Endzeit sich, die der Daniel den Nebukadnezar hier zeigt, überhaupt keine Rolle. Was dann mit uns ist, ich weiß es nicht genau. Die Bibel sagt da nicht viel drüber, an ganz vereinzelten Stellen nur. Aber die Nachkriegsstruktur, die wir hier kennen, die sieht ja so aus und fast könnte man sagen, Griechenland wäre so fast wie Kassander und Türkei wie Lysimachus und Syrien Seleukus, das wäre dann hier der Assad und Ägypten Ptolemäus, dann hätten wir eigentlich so die Struktur, wie sie dir Daniel vorgibt, dass sie in der Endzeit wieder kommen würden. Insbesondere diese beiden, die beiden sind die wichtigen, die in Daniel 11 dann beschrieben werden. Hier oben die beiden nicht so sehr, obwohl ihr wisst ja auch, was der Erdogan da oben macht und die Griechen. Die Griechen mit Ägypten, Öl im Mittelmeer und die Türken mit Libyen, Öl im Mittelmeer. Überkreuz, einer gegen den anderen, in der Mitte Zypern ständig Stress, die kämpfen gegeneinander, hier unten kracht es im Moment, dass es nur so kracht. Iran, Irak macht Druck und will sich ausbreiten darunter. Das ist ja als ob Kriege und Kriegsgeschrei sind da im Nahen Osten. Und dieses Gerangel gab es auch bei den Diadochenkönigen, bis die sich mal so richtig sortiert hatten. Ich will das nicht übertreiben, nicht überzeichnen, aber das erinnert mich schon sehr daran, an das, was historisch mal da gewesen ist. Also das sind für mich so Klientel-Randstaaten, die für mich jetzt nicht so unbedingt die große Bedeutung haben. Und wir dürfen auch nicht vergessen, also wir reden hier über Dekaden und über Jahrhunderte, in denen sich das entwickelt hat. Während wir hier in Wochen denken, in Monaten, wir denken wahrscheinlich zu detailliert. Wir müssen die große Geste vielleicht sehen. Ich wüsste Jemen da nicht einzuordnen. Ich denke, hier gab es noch ganz viele Geplänkel in der Antike zwischen dem Antiochus und dem Dritten und da hatte er seine Kriegselefanten dahin, da haben die wieder zurückgezogen. Es ging hin und her. Und so würde ich das auch sehen. Also ich würde mich jetzt nicht trauen, da den Jemen so einzuordnen. Ich fände, das würde meiner Meinung nach eigentlich zu weit gehen. Also das, glaube ich, sind die beiden Füße, die kommen. Da sind keine Schenkel mehr. Die sind kleiner, die sind schwächer, die sind nicht so mächtig, wie sie früher waren in der Antike, aber sie sind wieder da. Und diese Füße sind Eisen, da ist noch etwas Eisen drin von damals. Die Brutalität, die Martialität, die Aggressivität, die ist da in den Staaten noch drin. Aber es ist nicht Asterix und Obelix mit Eisenrüstung in Rom, das ist es nicht. Sondern es sind die Diadochen, die dort gezeigt werden. Und die kommen in der Endzeit wieder nicht als mächtige Schenkel, sondern als zwei Füße. Aber sie sind da. Und jetzt ist die Frage, was ist denn mit dem Vermischten? Die sind ja mit Ton vermischt. Und da habe ich immer gehört, ja, das Römische Reich, das ist ein bisschen stark und ein bisschen schwach. Ja, militärisch stark, sozial ist schwach, ethisch ist schwach, moralisch ist schwach. Aber wenn ihr nochmal zurückgeht zu dem Standbild und man das nochmal so ein bisschen vor seinen Augen auch hat, ja, das finde ich auch einen schönen Vers, zur Zeit dieser Könige, zur Zeit der beiden Füße, zur Zeit dieser Könige wird der Gottes Himmel sein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Das heißt nämlich, wenn diese Reiche kommen, dann kommt Jesus bald, wann auch immer und wie auch immer. Ja, in biblischen Zeiträumen, nicht eBay, 3, 2, 1, meins, ja, heute gekauft, morgen geliefert, das glauben ja viele. Jesus sagt, fasst eure Seelen in Geduld, wir brauchen da langen Atem, aber die Dinge kommen, das kommt, ja, und das Chaos, was wir jetzt sehen so, da sagt Jesus, wenn ihr das seht, dann erhebt eure Häupter, Kopf hoch, eure Erlösung naht sich, da tut sich was, ja. Jesus kommt wieder und wird sein Reich aufrichten und wir werden bei ihm sein, alle Zeit, ja. Das ist die Perspektive, die Christen haben. Da dürfen wir mutig drin sein in so Situationen, ja. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber selbst das Reich Christi wird ewig bleiben, ja. Jesus Christus kommt. Jetzt haben wir aber hier diese Zehen, dass die vermischt sind mit Ton. Und jetzt überlegen wir noch einmal, wir haben ja vier Metalle hier, oder? Wir haben Gold und Silber, wir haben Bronze und wir haben Eisen. aber wir haben noch mehr Materialien. Welche Materialien haben wir denn noch? Bitte? Ton. Haben wir noch mehr Tonsteine, Erden? Haben wir noch was? Scherben, ja. Ein Felsen haben wir. Der Felsen kommt ja und schlägt das Standbild an seine Füße. Wo kommt denn der Fels her? Von dem Gebirge. Aha. Dann haben wir ein Gebirge, ein Felsen und Ton. Und wir haben vier Metalle. Ja? Der Fels ist Christus. Ich glaube, das kann man deutlich sehen, ja. Der kommt ohne Hände von einem Gebirge und schlägt das Standbild an seine Füße. Und der Ton ist was? Der Ton ist Israel. Es ist ein Volk. Das gehört zu ihm. Aber dieses Volk Israel ist schwach. Das ist formbar. Das ist kein Christus. Das ist der Fels. Ja? Wer auf ihn fällt, wird zermalmt. Und auf den er feldet, oder wer war das umgekehrt, und auf wen der Fels fällt, der wird zerschmettert. Irgendwie sagt Christus sowas. Er ist der Fels. Er kommt vom Reich Gottes, vom Berg und trifft das Standbild an seine Füße. Und die Füße sind Ton und Eisen. Seleukidisch, Diadochisch, Antik, mit Israel vermischt. Warum? Naja, weil Israel, der Norden Israels, geht ja mal in den Bund mit Damaskus. Habt ihr da mal gehört von? Haben wir gestern Abend kurz gesehen. Das heißt, Israel mit Damaskus. Damaskus ist doch Seleukidisch, Eisen. Ja. Dann würde ja also Israel mit Eisen vermischt, Ton mit Eisen, genau. Die halten aber nicht aneinander, sagt Daniel. Warum? Weil Christus wiederkommt und Ton und Eisen trennen wird. Da wird Israel wieder zu seinem Volk machen. Dann wird Israel sein Volk Gottes wieder werden. Ja. Das ist in dem Bild. Das ist kein römisches Reich, was zum Teil schwach und zum Teil stark ist. Das ist alles im vorderen Orient. Das ist nahöstlich. Israel, speziell Jerusalem, ist der Zeiger an der Weltenuhr. Und wir haben einen Stein, wir haben Gebirge und wir haben Ton. Das gehört zusammen. Ja, das ist Gottes Volk, das ist Christus und das ist Himmelreich. Ja. Die Gemeinde Jesu ist ja noch gar nicht drin. Warum? Das ist politisch. Das ist Weltpolitik. Ja, das ist nicht Gemeinde Jesu. Da wird Jesus nicht gezeigt als hoher Priester, der uns die Sünden vergibt. Da wird Christus gezeigt als Zwingherr, als Herr der Welt. Das wird, so wird uns Christus gezeigt. Der zu einem Alten kommt an Tagen, steht in Daniel. Das ist das, was wir in Daniel haben. Also jetzt hätte man so im Hubschrauberflug dieses Standbild mal so durchgeschaut und dieses Standbild steht und zwar Kopf, Brust, Bauch, Oberschenkel, Unterschenkel, Füße und Zehen und alles im Vorderen Orient. Ja. Könnte es sein, dass diese antichristliche Bewegung auch speziell im Vorderen Orient abläuft? Ja. Könnte es sein, dass das Mahlzeichen des Tieres auch speziell im Vorderen Orient ein Phänomen ist? Könnte es sein, dass das alles nicht ganz so global gedacht werden muss, wie wir das oft denken? Ist nur eine Frage, die ich da an die Dinge habe. Ich will damit nur sagen, ich könnte mir vorstellen, dass das alles sehr viel mehr auf den Nahen Osten konzentriert ist. Natürlich haben wir weltweit einen antichristlichen Geist, der ausgegossen ist. Natürlich. Und unsere Regierenden sind auch alle davon erfasst, weil sie mit der Hure Babylon halt Schmuddelkram getrieben haben. Und trotzdem kommt doch der Antichrist als ein Mensch und der kommt im Nahen Osten. Der setzt sich ja da unten auch in einen Tempel. Kann es sein, dass das da unten stattfindet, dass die Weltbevölkerung das überhaupt nicht wahrnimmt und überhaupt nicht ernst nimmt? Dass die Christen, die ihre Bibel kennen, aber sehen, ah, jetzt sind die Ereignisse eingetreten, auf die wir warten sollten. Das könnte ich mir vorstellen. Ist nur mal so ein Gedanke. Jetzt lässt diese Weltsicht der damaligen Zeit natürlich die Großmächte, die aktuellen Großmächte außer Acht, weil die außerhalb dieser Region liegen. Absolut, ja. Und das kann ich mir nicht, das kann ich mir noch schwer vorstellen. Ja, das stimmt. Das kann ich mir auch schwer vorstellen. Und dann sage ich mir immer, ich soll ja auch nicht auf das achten, was vor Augen ist. Und wir sehen ja, dass die Welt sich extrem schnell ändern kann. Auch politisch. Wir leben in einer Zeit, wo die alte Weltordnung auf den Kopf gestellt wird. Es ist, als ob ein Eisberg sich dreht. Der dreht sich langsam, aber der dreht sich. Und wir sind da mittendrin und wir empfinden das individuell vielleicht auch anders. Aber die ganze Welt dreht sich gerade. Und ich habe vor vielen Jahren auch schon gesagt, dass Amerika Israel unter Umständen mal alleine lassen könnte oder Amerika schwach ist, weil Amerika kommt ja gar nicht vor. Und da haben ganz viele im Internet gelacht. Ach, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das kann überhaupt nicht sein. Amerika wird Israel nie alleine lassen. Und jetzt? Die sind so pleite, die Amerikaner. Die sind so ausgezehrt worden, von wem auch da immer. Von einer Gruppe, die vielleicht sich längst nach China verdrückt hat. Und die ganze westliche Welt gegeneinander hetzt. In den dritten Durchgang. Wer weiß das? Aber das kann ich mir vorstellen. Die warten in China ab. Die Chinesen haben, jetzt sind wir aber ganz vom Standbild weg, aber die Frage ist natürlich absolut berechtigt. Warum kommt da Amerika nicht vor? Warum kommt da Europa nicht vor? Das ist alles ausgeblendet. China. Die ganze Welt ist da ausgeblendet. Und ich meine, es ist ja auch spannend. Der Daniel, der sagt ja auch zu dem Nebukadnezar, du Nebukadnezar, du bist das goldene Haupt. Du bist ein König aller Könige. Überall, wo Menschen wohnen und wo Tiere sind, da bist du König. Und du bist der Allergrößte. Du bist das goldene Haupt. Hat Nebukadnezar die ganze Welt beherrscht? Nö. Der hat nur den vorderen Orient beherrscht. Moment, wo ist das denn hier? Ah ja, genau hier. Du, O König, bist ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich Macht, Stärke und Ehre gegeben hat und dem er alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Feld und die Vögel unter dem Himmel in die Hände gegeben und dem er über alles Gewalt verliehen hat. Du bist das goldene Haupt. In der Zeit gab es in China ein chinesisches Kaiserreich, gegen das Babylon ein Mückenschiss war. Ich übertreibe etwas. Das war Hightech. Hoch durchorganisiert. Eine Kampfmaschine. Mit Techniken, die hier noch überhaupt nicht bekannt gewesen sind. Trotzdem beschreibt die Bibel das hier in einem, ich sag mal, auf den vorderen Orient, auf den fruchtbaren Halbmond konzentrierten Blick. Aber es ist überhaupt nicht so gewesen, als ob der Nebukadnezar jetzt über die ganze Erde, über Südamerika geherrscht hätte und über Asien und über Nordamerika. Überhaupt gar nicht. Der hat den fruchtbaren Halbmond beherrscht und da war er ein großer Herrscher und wahrscheinlich hat man in der Gegend auch noch nie erlebt, dass ein Weltreich so groß gewesen ist. Für uns in der Rückschau sagen wir, ja gut, das war ja nur Babylon. Nee, nee, nee. Das war big damals. So eine große Ausdehnung hat ein Weltreich noch nie. Und die wurden immer größer. Persien war noch größer. Alexander war noch größer. Also das ist schon groß. Heute sind die Weltreiche noch viel größer. Die haben sich sogar von der Landmasse abgekoppelt und existieren virtuell in Geldern, die in den Computern nur noch hin und her gedreht werden. Das ist ja vollkommen abgedreht, wo wir leben. Aber das hier war eine andere Perspektive, die die Bibel da einnimmt. Und könnte es sein, dass der Antichrist auch über alle Lande herrscht in einer Perspektive, die der Daniel einnimmt. Das schließt nicht aus, dass der antichristliche Geist weltweit ist. Aber es würde zumindest mal den Antichristen auf eine bestimmte Region reduzieren. Daniel sagt ja auch, wo der Antichrist herrscht. In Syrien, in Israel, in Ägypten, in Libyen und im Sudan. Der Daniel zählt die Weltreiche auf. Das heißt, der Antichrist herrscht eigentlich von Syrien praktisch bis nach Nordafrika. Das ist sein Gebet. Und am Ende kommt es zu einem großen Showdown in Hamageddon, wenn die Könige vom Euphrat kommen. Iran. Na ja, dann scheint ja aber der Iran nicht unter der Herrschaft des Antichristen zu sein. Nö. Dann ist der Antichrist in dem Sinn auch kein Weltbeherrscher, der bis nach Grönland herrscht und Antarktis. Nö. Der ist dort unten. Ich glaube, dass das die Perspektive ist, die die Bibel hat und wo wir uns drauf einlassen müssten. Das ist die Perspektive. Ich bin in der Tür. 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 Untertitelung des ZDF, 2020